Hallo und herzlich willkommen zu Part 60 von Dauntless. Reichtum und Ruhm, hoher Himmel glaube ich heißt das Ding. Stille dein Verlangen nach Beute mit dem Reichtum und Ruhm Jagdpass Elitefahrt. Für nur 1000 Platinum erhältst du Zugang zu 50 Stufen voller reicher Belohnungen, einschließlich der brandneuen Cousarenrüstung. Bist du bereit zum Aufbruch? Yo, ich bin bereit. Also das neue Update ist am Start. Ich habe mir hier mal meinen Helm gegönnt und meine Ausrüstung ist fertig. Sehr geil. Da hinten sehe ich gerade, müssen wir gleich mal reingucken. Das neue Update ist da. 0.9.0 mit dem neuen Jagdpass hier. Hier, Moment. Hier, Jagdpass. Hohe Himmel, Reichtum und Ruhm. Yo, was ist da so drin? Da oben der ganz normale Standardkram, beziehungsweise hier Kiefer des Todes. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Also ich muss generell sagen, ich habe schon einmal kurz reingeguckt. Ich habe noch nicht viel gespielt, eigentlich gar nicht gespielt. Warum ich da oben schon 50 von 100 habe, weiß ich nicht. Ich bin heute Morgen, habe ich kurz nur das Update hochgeladen und habe dann direkt irgendwas gut geschrieben bekommen, weil ich schon irgendeine Quest beendet hatte oder so irgendeinen Quatsch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier neue Dinge und die möchte ich mal ganz gerne mit euch zusammen mal angucken. Die sind echt richtig cool. Mir gefällt der neue Pass wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Yo, obwohl es eigentlich gar nicht mein Thema ist, hier mit Piraten und der ganze Kram. Yo, wenn man jetzt hier den Elite Pass freischaltet, Helm-Transmog, Corsarenweste, also für alle möglichen Stiefel-Transmog, Körperpanzerungs-Transmog, gibt es da für alle möglichen Dinge, kann man hier auf RT und LT durchschalten. Also vier Transmogs gibt es direkt mal, Goldener Slayer-Kern und so weiter, Platinum gibt es wieder. Dann hier ein schönes Schwert, Corsaren-Säbel, Schwert-Transmog, sieht auch richtig cool aus, muss man sagen. Wie gesagt, das hier. Dann gibt es noch hier diesen Banner, Fang des Tages. Oh, der gefällt mir auch sehr geil. Oh, der ist sehr geil, der gefällt mir gut. Der gefällt mir jetzt wirklich richtig gut. Was haben wir hier noch? Kampf bis zum Ende, Emote. Mal so, ja okay, so Rocky-Style, so mit der letzten Kraft so praktisch. Dann gibt es hier Fang des Tages, das sieht man hier leider immer schlecht. Gibt es dann halt hier noch so ein Flair, das man freischalten kann, ein bisschen Platinum. Hier eine neue Laterne, auch nicht schlecht, muss man sagen. Silberner Slayer-Kern. Was haben wir noch Schönes hier? Hier neue Pistolen, die man irgendwie nicht sieht. Unsichtbare Pistolen. Oh, auch nicht schlecht, warum nicht? Ja, kann man auch mal machen. Was ist das hier? Cousaren-Stirnband. Okay, die Farbe ist jetzt bei mir ein bisschen bekloppt. Könnte aber ganz cool sein. Und Mondsegel-Bannerstoff. Oh, geil. Das gefällt mir auch richtig cool. Geil, wenn das so aussieht. Ist ja mal lustig. Ja, ich sag mir, da sind echt coole Sachen dabei gekommen. Hier, Kapitänshaken gefällt mir gut. Das gleiche wieder als Flair. Dann haben wir hier eine Axt, wenn ich, ja genau, Cousaren. Enter-Axt. Sieht auch nicht so schlecht aus. Was ist noch dazu gekommen? Ich glaube, die sind richtig cool. Cousaren, Hagen, Kettenklingen, Transmog. Jo, die sehen auf jeden Fall richtig cool aus, muss man sagen. Dann irgend so ein Maul hier. Kiefer des Todes. Das ist ja, glaube ich, die Geschichte, wie man sie hier vorne auch bekommt. Genau. Hier wird es Todes. Bla. Jo, also echt cool. Gefällt mir gut. Dann hier Fledermaus oder was soll das sein? Jo, Banner-Siegel. Das gleiche wieder als Flair. Jo. Silberner-Slayer-Kern. Der Jongleur. Na, das könnte wieder so ein Emote sein, der mir gut gefällt. Einer, der vielleicht so durchgängig am Start ist. Oder auch nicht. Lässt wohl dann irgendwann die Messer fallen. Speerhakenstab. Jo, nicht schlecht. Dann hier ein Kriegsspeer-Transmog. Belegspeer. Jo, okay. Auch nicht so schlecht, aber haut mich jetzt nicht von den Socken, muss ich ehrlich sagen. Dann gibt es hier eine Spinne oder was soll das sein? Banner-Siegel. Knochen-Galgen. Okay, ja, passt eine Spinne. Ich war nah dran, sagen wir es mal so. So, dann wieder eine Spinne. Das hier war noch ganz cool, das habe ich gesehen. Das habe ich schon vorher mal geguckt. Ja, da sieht man halt so Goldmünzen hochfliegen. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Kann man machen. Gut, jetzt sieht man es komischerweise nicht mehr. Buggy. Ne, man sieht es nicht mehr, aber ihr konntet es ja kurz sehen. Transmog-Stein gibt es wieder. Ein Hammer gibt es hier noch. Gefällt mir ehrlich gesagt jetzt nicht so gut. Aber ist natürlich immer Geschmackssache, um Gottes Willen. Das ist auch cool. Hier Teufel oder das hier. Das könnte glücklicher Teufel als Leuchtsignal. Könnte es ganz witzig sein. Was ist das hier? Munterer Chick. Noch ein lustiger Tanz. Glückshund noch ein Titel. Und das hier fand ich cool. Schatz, ich lande. Das finde ich geil. Also ein Ankunfts-Emote. Das finde ich echt witzig. Ja, es sind echt coole Sachen dabei. Ich werde mir auf jeden Fall den Elite-Pass zulegen. Ja, dazu muss man wieder hier die Dinger da sammeln eigentlich. Wenn die Augen leuchten. Das weiß ich jetzt mittlerweile. Warum leuchten bei mir gar keine Augen? Was soll das? Habe ich da schon irgendwas gesammelt? Hä? Ach so. Daher könnte das vielleicht kommen, weil ich gestern noch die 50 gesammelt habe, dass die mir heute wieder gut geschrieben wurden oder was? Ah ne, hier. Hier leuchtet was. Bla. Ja, schimmernde Perlen sind die neuen Dinge, die man da sammeln muss. Um da im Pass ein bisschen nach vorne zu kommen. Aber wir wissen mittlerweile eigentlich so viel. Junge Embermane halbtot kloppen und Emberman und generell die ganzen Low-Monster, wenn man die oder auch die härteren Monster, wenn man die kloppt, bekommt man relativ viel von den schimmerten Perlen und den ganzen Kram. Ist eigentlich witzig. So, dann gibt es hier irgendwie neue Quests. Dann gucken wir doch mal. Yannick Tsai. Das Glück ist eine Dame. Das Glück ist eine Dame. Sprich auf Admirals Tsai bitte mit der Corsarin, die als Lady Fortuna bekannt ist. Bla bla, Lady Fortuna. Glück. Brauchen wir und so weiter. Jo. Irgendjemand hat mal kritisiert, dass ich mir das nicht genau durchlese. Ich finde, das hier ist kein Story-Spiel. Da muss ich nichts durchlesen. Und die Tipps, die da drin stehen, sind eher nicht vorhanden eigentlich. Ist mal so meine Meinung. Egal, kann man ja eine andere Meinung haben. Aber, jo. Ich sehe das mal so. Da haben wir jetzt Zelle der Schnelligkeit. Das mache ich auf Kamera, was ich da noch reinsetze. Es gibt wohl auch neue Zellen, habe ich schon gehört. Ja, bin ich auch mal gespannt. Dann gibt es hier die Catherine Sowell. Waffen der Wahl. Lerne mit Cats Waffenübersichten, das Handwerkszeug der Slayer kennen. Du weißt, was ich sage. Bla, Waffenübersichten, bla. Hä? Muss ich mir jetzt die Videos da reinziehen, oder was? Oder was meint die? Hätte ich sollen doch kurz lesen. So, Schwert, Kettenkling, bla. Da kann man sich alles angucken. Das wollte ich euch eh mal sagen. Das ist aber schon länger drin. Schon seit dem letzten Update. Könnt ihr ganz kurz hier lesen und machen und tun. Und so lange hin und her klicken, bis sich das Spiel aufhängt. Ernsthaft jetzt? Ich glaube, das hat sich gerade aufgehangen. Hallo. Jo. Haben wir noch einen kurzen Bug ausgenutzt? Ah, nein. Hilfe, was mache ich denn da? Oh, nee. Das ist ja wieder echt der größte Schrott. Hallo? Aha. Jo. Das Spiel hat sich mal schön aufgehangen. Also es hat noch ein, zwei Kinderkrankheiten. Ich habe mir gestern auch die Patchnotes angeguckt. Da sind schon viele Dinge halt, sage ich mal, verbessert worden. Auch die Performance wurde wieder verbessert, wie man gerade sieht. Jo. Und es ist so ein kleiner Live-Test sozusagen. Ja, aber so ein paar Dinge wurden verändert. Ich weiß gar nicht. Wie gesagt, neue Zellen sind noch reingekommen. Die Schnecken müssten jetzt irgendwie aktiv sein. Es gibt jetzt so Stahl- und Goldmarken irgendwie, die man jetzt bei Quests da auslösen kann. Also es gibt auch, wie ich schon vermutet hatte, es gibt jetzt nicht mehr nur die, was gibt es da vorher? Die Jagd oder Verfolgung oder wie es hieß und die, was war das andere? Keine Ahnung, sehen wir gleich wieder. Also es gab doch vorher immer die zwei Möglichkeiten. Jetzt gibt es halt drei Möglichkeiten, da auf Jagd zu gehen. Wenn ich denn darf und nicht wieder einen Bug auslöse, ich hätte. Was witzig ist, dass ich noch sage, ja man muss nicht immer lesen, ist ja kein Story-Spiel, bla bla. Dann will die irgendwas mit Waffenübersichten von mir. Und was mache ich? Ich klicke irgendeinen Scheiß-Trick durch und dann hängt sich das Spiel auf. Klasse. Es ist wirklich nochmal so geil Vorführeffekt. Aber das schneiden wir nicht raus, außer ich habe wieder einen Soundbug. Ich hatte im letzten Part wieder einen Soundbug, aber das interessiert jetzt keinen. So, zwei Fragezeichen. Echt? Warum Fragezeichen? Waffen der Wahl, bla bla. Ja, was sieht hier keine Waffenübersichten an? Achso, habe ich jetzt, oder was? Ich habe es erledigt. Ich habe 50 Rams bekommen. Ah, es ist erledigt. Okay, alles klar, danke. War nicht so schwer. So, alles klar. Und dann, genau, ist hier hinten eine Neuerung. Und zwar sehen wir hier jetzt die Bestenliste, die man sich hier reinziehen kann. Also, welcher Spieler das Monster, das wir jetzt gleich sehen, am schnellsten gelegt hat. Hier Pistolen ganz vorne mit dabei. Etliche Male. Ja, Gamers Time kennt man auch. Ein YouTube-Kollege. Kann man auch mal reinschauen. Aber seid mir treu, bitte. So, 34 Leute haben den überhaupt erst gelegt, oder was soll das? Ernsthaft? Mauer der Champions Top 100. Hm, merkwürdig. So, und dann gibt es hier noch als Gruppe. Dann kann man das Ganze noch auf Xbox, also auf seine Plattform nur erweitern. Und da gab es nur einen. Echt? Okay, und Gruppe? Gar keine. Merkwürdig. Spielen da so wenig Leute, oder was? Was geht denn hier ab? So, und hier kann man das Ganze nochmal auf... Achso, genau. Das ist Solo-Furchtlos und das ist Gruppe-Furchtlos. Okay. Ja, und dann gibt es hier die Lady Luck, die hier mal ganz gemütlich rumchillt. Das Glück ist eine Dame. Ah, noch so ein Slayer-Potenzial. Herausforderungen, sprich auf Adrimals... Ja, bla, habe ich erledigt. Werte der Beste. Lady Fortuna fordert Elite-Slayer dazu heraus. Mächtige, modifizierte Behemoths auf zwei Schwierigkeitsgraden auf ihrer Insel der Prüfung zu jagen. Starte eine Prüfung, für die du qualifiziert bist, über den Kartenbildschirm verfolge deinen Erfolg an der Mauer der Champions und besuche Lady Fortuna, um in ihrem Laden die glückliche Pause einzukaufen. Die glückliche Pause einzukaufen. Prüfungsdurchlauf. Schließe die Prüfung, äh, die Jagdprüfung normal ab. 200 Stahlmarken wird man dafür bekommen. Bla, bla. Ja, das ist halt so jetzt so ein Quest, so eine Quest, wo ich gesagt habe, gucken wir mal ganz kurz in den Prüfungs-Shop rein, wenn er denn geht. Ich habe jetzt gehört, der wäre auch mal offline gewesen oder sowas. Anscheinend ist er das auch gerade wieder. Ist natürlich top. Da kann ich ja richtig viel zeigen. Was ist denn das jetzt? Ja, auf jeden Fall, was ich jetzt schon weiß, auch durch den Kollegen, ich habe bei Gamers Time eben auch mal reingeschaut, um ehrlich zu sein. Darf man ja mal ehrlich sagen. Irgendwie gibt es hier die Waffen, die man hier sich verdienen kann. Und wie gesagt, auch die neuen, ja, neue Transmog-Geschichten, die richtig cool aussehen. Und hier so Elite-Waffen, sage ich mal. Das ist auch richtig geil mit der Axt hier zum Beispiel und mit dem Speer. Das Ganze dann so vergoldet. Hier auf dem Tisch liegen noch die Pistolen rum und auch ein Schwert. Ja, sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Ich nehme jetzt hier am 17.07. morgens auf. Ja, 17.07.2019. Und irgendwie ist jetzt der Shop da irgendwie down oder was. Keine Ahnung. Oder muss ich vielleicht auch so erst die Marken verdienen? Ich kann es noch nicht genau sagen. Ja, mehr gibt es da eigentlich noch gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, ja, die Jagdpass habe ich gezeigt. Ah, genau, das wollte ich noch zeigen. Und zwar hier Karte. Da müsste es jetzt drauf sein. Denn genau, vorher gab es hier Patrouille, Verfolgung und Prüfung. Prüfung normal, die muss man zuerst einmal schaffen. Neue Prüfung in fünf Tagen. Da ist jetzt der Chok-Show-Nai-Saga ist da jetzt drin. Stell dich der normalen Prüfung von Lady Fortuna. Letztes Gefechts-Slayer haben jeweils nur eine Wiederbelebung nahe Sicht. Die Sicht der Slayer wird von einer Wolke aus Schattenäther eingehüllt. Wie man es bei Shroud kennt, abgeschirmt von BMOFs erschaffene Objekte sind kurzzeitig elektrisiert. Und verletzten Spieler, die sie angreifen mit Stromschlägen. Mit Stromschlägen, Befestigung. Von BMOFs erschaffene Objekte haben erhöhte Gesundheit. Elektrisierend physische Angriffe von BMOFs Schocken Slayer. Und da unten ist noch verfügbare Belohnungen. Ah, noch extra Stahlmarken. Ja, finde ich unter 300 Minuten. Äh, 300 Minuten. Drei Minuten kriegt man immer jeweils nochmal 100 Stahlmarken. Hm, cool. Ja, ich würde sagen, das sehen wir uns im nächsten Part an. Der nächste Part kommt auch noch heute. Ich möchte einfach wieder einen kleinen Soundcheck machen. Passt das alles so weit? Habe ich wieder einen Bug drin und so? Wir haben uns jetzt halt angesehen den Jagdpass. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob der Shop jetzt funktioniert. Ansonsten versuche ich es halt später wieder. Und werde euch den Shop dann später zeigen. Wenn dann die Pause da mal am Start ist. Mir ist da die glückliche Pause oder sowas. Aber geht immer noch nicht. Ne, da haben wir jetzt Pech. Ja, muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie anders auch auslösen kann. Vielleicht hier unten oder sowas. Ja, ist jetzt der erste Tag, wo das draußen ist. Aber das klingt schon mal sehr, sehr vielversprechend. Ist irgendwie richtig cool. Ich bin mal gespannt. Ja, freue mich auf den nächsten Part. Kommt noch heute in ein paar Stunden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Ciao.